So, Barca-Fan, ich hätte auch noch was auf Lara, aber ohne Aufgeräte geht es nicht. Stell dich auf ein Bein und beantworte folgende Fragen. Du darfst auch das Bein wechseln dazwischen. Let's go! Wie kaputt warst du nach den Setups der Folge 120? Ne, ging eigentlich. Also ich war zwar umgeübt, aber... Ja, war ungewohnt, aber kaputt jetzt nicht wirklich, nein. Wie sieht der 24.12. üblicherweise unter normalen Umständen aus? Alter, Vater! Ich arbeite bis 14 Uhr, ne, bis 13 Uhr, fahre dann nach Hause, bin dann meistens schon am PC, Fernsehen, wie auch immer. Dann das Kaffeetrinken, dann spielen wir Bingo. Beim Bingo-Spielen ist quasi Bescherung, immer der, der... Alter! Das kann doch... Ach, immer der, der ein Bingo hat, darf ein Geschenk aufmachen. Denn wird Ragnet gegessen abends und dann ist ein bisschen Spieleabend. Aber ich denke mal, ich werde auch noch abends irgendwann streamen. Junge! Wie ordentlich sieht dein Schreibtisch aus? Immer zusammengeräumt oder unordentlich? Eher unordentlich. Äh, deutlich unordentlich. Ähm, anhand welcher Sache kannst du deinen Schlüsselbot identifizieren, wenn du ihn verloren hast und beim Vorhand abholst? Äh, an einem bestimmten Schlüsselanhänger, ähm, wo ein Spruch fehlt, also eine Eingrafuhr, wo eigentlich steht, ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Ähm, gehst du gerne zum Zahnarzt, zur Kontrolle oder nur wenn es sein muss? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Äh, danke zum Barca-Fan. Äh, danke zum Barca-Fan. Äh, danke zum Barca-Fan.